Es ist ein ungewöhnliches Ensemble, das Digi-Ensemble Berlin. Die Profimusiker halten keine herkömmlichen Instrumente in ihren Händen. Sie spielen auf technischen Geräten wie iPods, iPads und PC-Tablets und entlocken ihnen ganze Orchester und Bandklänge. Das Ensemble wurde von Matthias Krebs im Oktober 2010 gegründet. In den kleinen Hosentaschen-Computern entdeckte er ein hohes Potenzial für das gemeinsame Musizieren. Ob Klassik, Jazz, Balkanpop oder Heavy Metal, das Digi-Ensemble Berlin experimentiert mit den unterschiedlichsten Stilrichtungen. Der Erdenpracht, großer Herr, o starker König, liebster Heiland, Großer Herr, o starker König, O wie wenig achtest du dir Erdenpracht, Großer Herr, o starker König, Liebster Heiland, O wie wenig achtest du dir Erdenpracht, Dir Erdenpracht. Auch er. Untertitelung. BR 2018 Applaus